Seid gegrüßt. Ich möchte euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Gesteine, Flaggen und Länder kommen in vielen Geschichten vor und ich habe euch heute eine davon rausgesucht. Der erzählende Stein. Einst lebte ein Waisenkind bei seiner Tante. Als der Junge groß und klug genug war, gab sie ihm Pfeile und Bogen und sagte, es wird Zeit, dass du jagen lernst. Bring etwas zu essen nach Hause. Frühmorgens zog er los und erledigte drei Vögel. Gegen Mittag lockerten sich die Federn seines Pfeils und er setzte sich auf einen abgeflachten Stein, um sie zu befestigen. Plötzlich hörte er eine tiefe Stimme. Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Er schaute auf, denn er erwartete, dass ein Mann vor ihm stünde. Doch da war niemand. Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Fragte die Stimme erneut. Der Junge bekam Angst, blickte in alle Richtungen, sah aber noch immer niemanden. Als die Stimme widersprach, merkte er, dass sie aus dem Stein kam, auf dem er saß. Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Was sind Geschichten? Fragte der Junge. Geschichten haben sich vor langer Zeit ereignet. Meine Geschichten sind wie Sterne, die nie verblassen. Als der Stein mit seiner Geschichte fertig war, begann er eine neue. Der Junge hörte aufmerksam zu. Gegen Abend sagte der Stein, wir hören jetzt auf. Komm morgen mit den Leuten des Dorfes zum Geschichten anhören. Jeder soll ein Geschenk mitbringen. Am Abend berichtigte der Junge dem ganzen Dorf von dem erzählenden Stein. Und am nächsten Morgen folgten ihm alle in den Wald. Bevor sie sich setzten, legte jeder Fleisch, Brot oder Tabak auf den Stein. Als alle ruhig waren, begann der Stein. Ich erzähle euch jetzt Geschichten aus alter Zeit. Manche werden sich genau daran erinnern, manche ein wenig, andere überhaupt nicht. Hört genau zu. Die Leute neigten den Kopf und lauschten. Als die Sonne unterging, brach der Stein ab. Er sagte, das waren alle meine Geschichten. Bewahrt sie und erzählt sie euren Kindern und Kindeskindern und so weiter. Und wenn ihr jemanden nach einer Geschichte fragt, gebt immer ein Geschenk. So war es. All unsere Geschichten verdanken wir dem Stein. Und ebenso unsere Weisheiten. Das erzählt man sich bei den Seneca aus der Gegend des heutigen Toronto in Kanada. Steine sind die Knochen der Erde. Sie leben und müssen respektvoll behandelt werden. Das war eine kleine Geschichte über Gesteine. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust auf mehr habt, sagt gerne Bescheid unter dem Video. Und ansonsten bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.